Was ist die Aktivität, die Menschen in sich versunken sind? Der zweite Punkt ist Echtzeit-Feedback oder möglichst Echtzeit-Feedback, also schnelles Feedback, was einfach hilft, dass ich, wenn ich eine Entscheidung treffe oder wenn ich irgendwas mache, dass ich sofort sehe, was funktioniert, was nicht, was ändert sich vielleicht in den Zielen, in den Ressourcen und kann dann dementsprechend wieder interagieren. Also auch die sind dynamisch miteinander, Informationstransparenz und Echtzeit-Feedback. Und das dritte Element ist Entscheidungsfreiheit. Also ich weiß, dass ich hier bin und irgendwo hin muss, aber mit Hilfe von Informationstransparenz und Echtzeit-Feedback habe ich die perfekten Mittel zur Hand, um selbstständig sehr gut entscheiden zu können, welchen Weg gehe ich dorthin. Das heißt, dadurch bleibe ich auch flexibel und kann schnell agieren auf veränderte Rahmenbedingungen. Das ist es, was wir in diesen Aktivitäten im Leben im Spiel. Und wenn wir uns jetzt mal OKRs betrachten, bauen die genau auf diesen Elementen mit auf.